Das ist der sechste Tag und Track Nummer 10 folgt jetzt. Sonnig und Belanglos. Lieblings-Track, einen der Lieblings-Tracks. Von hier? Ja. Der hat Tua geschrieben übrigens, der hat Tua geschrieben. Alleine, so ein Ding wie bei Kim und Kwang, wo wir so zu einem Außen verschmolzen sind. Alles scheint, wie es sein soll, zugedrückt von Sonne. Die Zeit vergeht so leise, dass man glaubt, sie würde stehen. Alter Mann ist zu warm, angezogen für den Tag. So dass er beim Vorbeigehen guckt, als ob er was nicht mag. Sonne ist schon belanglos. Sonne ist schon belanglos. Sonne ist schon belanglos. Sonne ist schon belanglos. Der hat wirkt. Der Moment des Tages hat dieselbe Melodie. Das war Track Nummer 10, am Tag Nummer 6. Jetzt kommt der nächste Track. Der nächste Track heißt... Die Orses cruisen in einem Unterwasser-Caddy-Lack-Roll über ihre Erinnerungen hinweg. Ich war mal hinter dem Piraten-Schiff-Wack-Rechs. Ihr seht ja, da haben wir uns alle Dummes kennengelernt. Auf der Fleck ist wie eine Tour, Tour und ich war mit dem Fug noch VQ. Damals mochten wir uns alle nichts. Ich brauche nur eine vier Stunden lange Busfahrt. Damals waren wir Freunde fürs Leben. Ich lieb mich so stark. Wir sehen auch wie Voodoo gesungen an. So ein Streitz in Schuhe Tua und Nico geschlechtet hat. Oder auch in der Herberge in Würzburg. Niemals hab ich rübergelacht, also ich schwör's euch. Und ihr schaut uns an, wir fahren im Unterwasser-Cadillac. Die Memory Lane entlang. Bin ich weingestös und ich denk daran. Was wir erlebt haben, fühl ich mich entspannt. Und dance, und dance, und dance. Wir schweinen cruisen im Unterwasser-Cadillac. So, genug gehört von dem Track. Four Pigs Aqua Cadillac Steel. Das war übrigens der Track, der entstanden ist, als wir bekifft waren. Wir haben gekifft, wir wollten eigentlich LSD nehmen für das Austin's Album, weil es inspiriert war von den Beatles Yellow Submarine-Ding. Haben uns nicht getraut, sich auf uns Gras genommen und ganz viel geraucht. Dann ist dieser Beat entstanden. Und dann halt auch der Track. Four Pigs Aqua Cadillac Steel. Das war's. Beste Nacht im Studio übrigens. Ja, das war echt wunderschön. Tag Nummer 7 kommt morgen. Heute war's Tag Nummer 8. Also bis morgen, tschüss.